Willkommen am Stand der Firma Tietzel bei den Limmat-Informationstagen 2009. Mein Name ist Emanuel Sauter, ich bin bei der Firma Tietzel im Außendienst für Oberösterreich und Salzburg zuständig. Wie Sie wissen, ist die Firma Tietzel für Qualitätsprodukte für die Installationstechnik bekannt wie FXP Turbo, CL Turbo und so weiter. Die Neuigkeiten 2009 bei Tietzel ohne Volt sind, dass bei den halogenfreien Elektroinstallationsrohren die Turbo-Vorteile aus dem PVC-Bereich übernommen wurden, sodass wir auch bei halogenfreien Installationen die Turbo-Vorteile genießen können. Ein weiteres Highlight 2009 bei der Firma Tietzel ist eine neue Partnerschaft bei den Baustromverteilern mit der Firma Elektroteilfingen in Deutschland, mit der wir Baustromverteiler fertigen, wie wir es hier sehen, 63 bis 100 Ampere. In Standardbestückungen, die auch abgeändert werden können, entweder bei uns im Haus oder direkt in der Bestellung. Zusätzlich gibt es dann bei Elektroteilfingen Gummiverteiler, Steckdosenverteiler, Wohnraumverteiler oder auch Aufzugs- oder Kranverteiler und diverse Steckverbindungen von Elektroteilfingen. Wenn Sie näheren Informationen zu all diesen Produkten der Firma Tietzel Univolt wünschen, unter www.tietzel-univolt.com oder über Ihren Fachkurshändler, in dem Fall die Firma Limmat in Salzburg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für sie nada. Vielen Dank.